Jean-Claude Iso, Total Cheops, aus dem Französischen von Katharina Grähen und Ronald Vouillet, gelesen von Timo Weissschnur. Für Sébastien Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Geschichten. Jim Harrison Prolog Rue de Pistole, 20 Jahre danach Er hatte nur ihre Adresse. Rue de Pistole, in der Altstadt. Er war seit Jahren nicht mehr in Marseille gewesen. Jetzt hatte er keine Wahl mehr. Man schrieb den 2. Juni. Es regnete. Obwohl es in Strömen goß, weigerte sich der Taxifahrer, in die kleinen Gassen vorzudringen. Er setzte ihn an der Montée des Arcouls ab. Über hundert steile Stufen und ein Gewirr von Straßen lagen bis zur Rue de Pistole noch vor ihm. Der Boden war mit aufgerissenen Müllsäcken übersät und ein säuerlicher Geruch stieg von der Straße auf, eine Mischung aus Pisse, Feuchtigkeit und Schimmel. Einzige große Veränderung, die Renovierungswelle hatte das Viertel erreicht. Einige Häuser waren abgerissen worden. Die Fassaden der anderen waren neu gestrichen, Ocker oder Rosa mit grünen oder blauen Fensterklappen, ganz wie in Italien. Von der Rue de Pistole, vielleicht eine der engsten Gassen, war nur die Hälfte übrig geblieben, die Seite mit den geraden Hausnummern. Die andere war platt gemacht worden, ebenso wie die Rue Rodillard. Stattdessen ein Parkplatz. Das fiel ihm als erstes auf, als er um die Ecke der Rue du Refuge bog. Hier schienen die Baulöwen eine Pause eingelegt zu haben. Er war zu früh dran, das wusste er. Aber er hatte keine Lust, in irgendeinem Bistro einen Kaffee nach dem anderen zu trinken und dabei dauernd auf die Uhr zu sehen, bis er es wagen konnte, lol, zu wecken. Er träumte von einem Kaffee in einem bequemen Sessel in einem richtigen Appartement. Das hatte er seit Monaten nicht mehr gehabt. Sobald sie die Tuer öffnete, steuerte er den einzigen Sessel in der Wohnung an, als wäre er nie weg gewesen. Er liebkoste die Armlehne, setzte sich langsam und schloß die Augen. Erst danach sah er sie an. Zwanzig Jahre danach. Sie blieb stehen, aufrecht wie immer. Die Hände in den Taschen eines strohgelben Bademantels vergraben, der ihre Haut brauner als sonst erscheinen ließ und ihre schwarzen Haare hervorhob, die sie jetzt kurz trug. An den Hüften hatte sie vielleicht zugenommen, er war sich nicht sicher. Sie war zur Frau geworden, aber sie hatte sich nicht verändert. Lol, die Zigeunerin. Schön wie eh und je. Ich würde gerne einen Kaffee trinken. Sie nickte, ohne ein Wort, ohne ein Lächeln. Er hatte sie aus dem Schlaf gerissen. Aus einem Traum, in dem sie mit Manu nach Sevilla raste, sorglos, die Taschen voller Kohle. Einem Traum, der sie jede Nacht heimsuchte, aber Manu war seit drei Monaten tot. Er ließ sich in den Sessel sinken, streckte die Beine von sich und zündete sich eine Zigarette an. Zweifellos die beste seit langem. Ich habe dich erwartet. Lol reichte ihm eine Tasse. Aber später. Ich habe einen Nachtzug genommen. Ein Sonderzug für Fremdenlegionäre. Weniger Kontrollen, mehr Sicherheit. Ihr Blick war woanders. Dort, wo Manu war. Setzt du dich nicht? Ich trinke meinen Kaffee lieber im Stehen. Du hast immer noch kein Telefon. Nein. Sie lächelte. Für einen Moment schien die Schläfrigkeit aus ihrem Gesicht zu weichen. Sie hatte den Traum verjagt. Melancholisch sah sie ihn an. Er war müde und unruhig, von altbekannten Ängsten geplagt. Es gefiel ihm, dass Lol mit Worten geizte, keine Erklärungen abgab. Die Stille brachte für sie beide das Leben wieder in Ordnung. Ein für allemal. Ein Pfefferminzduft hing in der Luft. Er sah sich im Zimmer um. Es war ziemlich groß. Weiße, nackte Wände ohne Regale, Bücher oder Krimskrams. Das Mobiliar war aufs Wesentliche reduziert und willkürlich zusammengewürfelt. Ein Tisch, Stühle, eine Anrichte und ein Bett am Fenster. Eine Tür führte ins Schlafzimmer. Von seinem Platz konnte er einen Teil des Bettes sehen, blaues Bettzeug, nicht gemacht. Er konnte sich nicht mehr an die Ausdünstungen der Nacht erinnern. Ihre Körper an Lulz Geruch. Ihre Achselhöhlen rochen bei der Liebe nach Basilikum. Die Augen fielen ihm zu. Als er sie wieder aufschlug, schweifte sein Blick zum Bett am Fenster. Da kannst du schlafen? Ich würde jetzt gern schlafen. Später sah er sie durch das Zimmer gehen. Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte. Um auf die Uhr zu schauen, hätte er sich bewegen müssen. Und er hatte keine Lust, sich zu bewegen. Lieber wollte er mit halbgeschlossenen Augen Lul zusehen, wie sie im Zimmer hin und her gingen. Sie war, in ein dickes Handtuch gewickelt, aus dem Bad gekommen. Obgleich nicht sehr groß, war sie wohlproportioniert und hatte sehr schöne Beine. Dann war er wieder eingeschlafen, ohne jede Angst. Der Abend war hereingebrochen. Lul trug ein schwarzes, ärmelloses Leinenkleid, schlicht, aber sehr kleidsam. Es schmeichelte ihren Formen. Er betrachtete erneut ihre Beine. Dieses Mal spürte sie sein Blick. Ich lasse dir die Schlüssel hier. Es ist noch heißer Kaffee da. Ich habe welchen nachgemacht. Sie sagte nur, was offensichtlich war. Alles andere kam nicht über ihre Lippen. Er richtete sich auf und fischte eine Zigarette aus der Packung, ohne sie aus den Augen zu lassen. Ich komme spät zurück. Warte nicht auf mich. Bist du immer noch Animierdame? Hostess. Im Vamping. Ich will nicht, dass du dort auftauchst und rumhängst. Er erinnerte sich ans Vamping auf der Höhe des katalanischen Strandes. Eine unglaubliche Einrichtung à la Scorsese. Die Sängerin und das Orchester hinter mit Pailletten besetzten Notenständern. Tango, Bolero, Cha-Cha-Cha, Mambo. Das hatte ich auch nicht vor. Sie zuckte mit den Schultern. Ich habe nie gewusst, was du vorhast. Ihr Lächeln verbot jeden Kommentar. Willst du Fabio treffen? Mit dieser Frage hatte er gerechnet. Er hatte sie sich selbst schon gestellt. Aber er hatte die Idee wieder verworfen. Fabio war Polizist. Es war, als sei damit ein Strich unter ihre Jugend und Freundschaft gezogen worden. Trotzdem hätte er Fabio gern wiedergesehen. Später. Vielleicht. Wie geht es ihm? Unverändert. Wie uns. Wie dir. Wie Manu. Verloren. Wir wussten nicht, mit unserem Leben anzufangen. Ob Räuber oder Gendarm. Du mochtest ihn gern. Das stimmt. Ich mag ihn gern, ja. Er fühlte einen Stich im Herzen. Hast du ihn wiedergesehen? Seit drei Monaten nicht mehr. Sie schnappte sich ihre Handtasche und eine weiße Leinenjacke. Er ließ sie immer noch nicht aus den Augen. Unter deinem Kopfkissen. Unter deinem Kopfkissen. Sagte sie schließlich. Er konnte ihrer Miene ansehen, dass seine Überraschung sie amüsierte. Alles andere findest du in der Schublade in der Anrichte. Und ohne ein weiteres Wort ging sie. Er hob das Kopfkissen hoch. Die neun Millimeter war da. Bevor er Paris verließ, hatte er sie Lull per Eilpost geschickt, denn in den Metros und Bahnhöfen wimmelte es von Bullen. Das republikanische Frankreich hatte beschlossen, das Land noch weißer zu waschen. Keine Einwanderer mehr. Der neue französische Traum. Falls er kontrolliert würde, wollte er keine Probleme. Nicht dieses Problem. Falsche Papiere hatte er ohnehin. Die Pistole. Manu hatte sie ihm zum 20. Geburtstag geschenkt. Zu der Zeit war Manu schon auf die schiefe Bahn geraten. Er hatte sich nie von ihr getrennt. Sie aber auch nie benutzt. Man bringt nicht einfach so jemanden um. Nicht einmal in einer bedrohlichen Lage, was hin und wieder vorgekommen war. Es gab immer eine andere Lösung. So sah er es. Und er lebte noch. Aber heute brauchte er sie, um zu töten. Es war kurz nach acht. Der Regen hatte nachgelassen. Und als er aus dem Gebäude trat, schlug ihm die Hitze voll ins Gesicht. Nach einer ausgiebigen Dusche war er in eine schwarze Leinenhose, ein schwarzes Polohemd und eine Jeansjacke geschlüpft. Seine Mokassins hatte er wieder angezogen, aber ohne Socken. Er ging durch die Rue du Pannier. Sie hatten sich nach Argentinien eingeschifft. Sie machten die Arbeit, für die die Franzosen sich zu schade waren. Sein Vater ließ sich für einen Hungerlohn als Hafenarbeiter anwerben. Sie wurden als Hafenköter beschimpft. Seine Mutter schuftete vierzehn Stunden am Tag in der Dattelfabrik. Abends trafen sich die Nabos und Babis, die aus dem Norden, auf der Straße. Stühle wurden vor die Tür gestellt. Man unterhielt sich von Fenster zu Fenster, wie in Italien. Gar nicht so übel, das Leben. Sein Haus erkannte er nicht wieder. Es war wie die anderen renoviert worden. Er ging weiter. Manu stammte aus der Rue Boussang, aus einem dunklen, feuchten Haus, in dem seine Mutter sich, als sie mit ihm schwanger ging, mit zwei seiner älteren Brüder niedergelassen hatte. Seinen Vater, José Manuel, hatten die Franco-Anhänger erschossen. Immigranten, Ex-Sie-Lanten, sie landeten alle eines Tages in einer dieser Gassen, die Taschen leer und das Herz voller Hoffnung. Als Lol mit ihrer Familie ankam, gehörten Manu und er selbst, mit 16 Jahren schon zu den Großen. Das ließen sie die Mädchen jedenfalls glauben. Schon seit dem letzten Jahrhundert galt es als Schande, im Viertel um die Rue du Panier zu leben, das Viertel der Seeleute und Huren, das Krebsgeschwür der Stadt, das große Bordell. Für die Nazis, die es nur zu gern zerstört hätten, ein Herd der Entartung des Abendlandes. Sein Vater und seine Mutter hatten die Demütigung erlebt. Der Ausweisungsbefehl kam mitten in der Nacht. Am 24. Januar 1943. Für 20.000 Personen. Hastig wurden ein paar Habseligkeiten auf einen Karren geworfen. Gewalttätige französische Gendarm und spöttische deutsche Soldaten. Im Morgengrauen mussten sie den Karren unter den Augen der Leute, die auf dem Weg zur Arbeit waren, über die Canebiere ziehen. In der Schule zeigte man mit dem Finger auf sie, sogar die Arbeitersöhne aus dem Viertel Belle de Me. Aber nicht mehr lange, sie würden ihnen die Finger brechen. Ihre Körper und Klamotten trugen den muffigen Geruch des Viertels, das wussten sie, Manu und er. Dem ersten Mädchen, das er geküsst hatte, saß dieser Geruch tief im Hals. Aber sie machten sich nichts daraus. Sie liebten das Leben. Sie waren schön und sie hatten starke Fäuste. Er stieg die Rue du Refuge wieder hinab. Etwas weiter unten diskutierte eine Gruppe von sechs 14- bis 17-jährigen Börrs. Neben ihnen ein funkelnagelneues Mofa. Wachsam sahen sie ihn näher kommen. Ein neues Gesicht im Viertel bedeutet Gefahr. Bulle, Spitzel. Oder der neue Eigentümer eines renovierten Hauses, der sich bei der Stadtverwaltung über die Unsicherheit beschweren würde. Dann kämen Bullen, Kontrollen, Vernehmungen auf der Wache, vielleicht Schläge, Schikanen. Auf ihrer Höhe angekommen, warf er demjenigen, der der Anführer zu sein schien, ein Blick zu. Einen direkten, offenen Blick. Ganz kurz. Dann ging er weiter. Niemand ruerte sich. Sie hatten sich verstanden. Er überquerte die Place de Lange, die verlassen da lag, und stieg zum Hafen hinunter. Bei der ersten Telefonzelle machte er Halt. Baptiste nahm ab. Ich bin ein Freund von Manu. Hallo, mein Lieber. Komm doch auf ein Aperitif vorbei. Morgen gegen eins im Pernod. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Ciao, mein Sohn. Er legte auf. Baptiste war nicht gesprächig. Keine Zeit, ihm zu sagen, dass er ihn lieber woanders getroffen hätte. Überall, nur nicht dort, im Pernod. Der Bar der Maler. Ambrojani hatte seine ersten Leinwände dort aufgehängt. Andere hatten es ihm gleich getan. Alles blasse Imitatoren. Es war auch die Bar der Journalisten. Alle Tendenzen waren dort vertreten. Von Le Provençal über La Marseillaise und AFP bis zur Liberation. Der Pastis schlug eine Brücke zwischen den Männern. Nachts warteten sie dort den Redaktionsschluss ab und gingen dann im hinteren Saal Jazz hören. Petrucciani, Vater und Sohn, waren dort hingekommen, zusammen mit Aldo Romano. Nächte waren das gewesen, in denen er sein Leben zu ergründen versuchte. In jener Nacht hatte Ari am Klavier gesessen. Man versteht nur, was man will, hatte Lull gesagt. Genau, und ich für mein Teil verspüre das dringende Bedürfnis, durchzublicken. Manu war mit der x-ten Runde zurückgekommen. Nach Mitternacht wurde nicht mehr gezählt. Drei doppelte Scotchs. Er hatte sich hingesetzt und sein Glas gehoben, lächelnd unter seinem Schnurrbart. Auf das Liebespaar! Halt bloß die Klappe, hatte Lull gesagt. Er hatte euch angesehen wie seltene Tiere und sich dann in der Musik verloren. Lull sah dich an. Du hattest dein Glas geleert, langsam und bestimmt. Deine Entscheidung war geschehen.